Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Land 2 The 6 Golden Coins Und ich bin gerade ein ganz kleines bisschen angepisst, dass ich jetzt hier nicht durch kann Dass ich jetzt diese Feuerblume verloren habe, damit ich hier nicht durch diesen... Ich muss da vor euch kommen, irgendwie Das Problem ist aber, dass es hier wahrscheinlich weit und breit keine weitere Feuerblume geben wird Was natürlich heißt Dass ich diesen Gang auch hinten dran hängen muss Ich habe nämlich keinen Bock, nochmal alles von Funk zu machen jetzt Scheiße, Dreck Fliegen, Dreck Ach, Mensch Gibt's doch nicht Yay Gott, dann wenn ich sie jetzt nicht brauche Oh, Mann So, jetzt sind wir eben vom Vorgarten in der Haustür Wo ist die Haustür? Gim vor die Tür Die Tür, beim Friseur Margrit, du siehst so gut aus War so beim Friseur Ach, das geht nicht mehr, da kältet er Stimme Eigentlich kann ich den Röhrig sehr gut nachmachen, aber Jetzt im Moment geht's überhaupt nicht Na So, ja, 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 ja Oh O O O O O das gibt es doch nicht das war zu erwarten ich hätte eigentlich warten sollen bis der über mir hier drüber nochmal kann man hier runter und gleich nochmal örechen Okay. Whoa. Wow, schnell, 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 schnell. Und. Oh, gut. Yeah, jetzt habe ich ja nochmal richtig schön neben Gesang gesammelt. Klasse. Klasse. Linge, linge, linge. Bei dem Spiel kann man wenigstens nicht verlieren. Okay, außer man kriegt das, was man schon hat. Böhrchen sind immer gut. Na, und. Zack. Come on, y'all. Bei mir ist es, ja. Sönders. Whoa. Ah, Missed! Hä? Ja, wie kommt's? Oh, kann ich da rein? Nee. Zack! Wieder daneben! Ui, vielleicht schaffe ich sogar noch den Boss. Das wär's doch. Also, in diesem Durchgang meine ich, in diesem Part. Oh! Dann kommst du her. Und zack! Wie schon gesagt, Öhrchen sind nie verkehrt. Aber Feuerblumen auch nicht. Ah, wir wollen nix mehr in diesem Part, oder? Ah, wir wollen nix mehr in diesem Part, oder? Doch, wird noch was. Yay! Damit hätten wir auch die Makrozone geschafft. Hey, wir haben die Hälfte des Spiels schon durch. Jetzt schon? Das ist ja viel kürzer, als ich es eigentlich in Erinnerung habe. So, was machen wir als nächstes? Ich würd sagen, wir schlagen uns als nächstes durch. Wie ein riesen Mario durch. Genau. Ciao!